Hast du den gesehen da oben auf den Rohren? Da liegt einer vor den Rohren und na? Ne, oben drauf, oben drauf. Wie so ein Strichmännchen irgendwie. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzel Savire wieder hier und heute geht's mit Klaus auf Customs. Ich musste die Skier-Quest Golden Swag machen, dazu mussten wir in Storms, genauer gesagt ins Zimmer 303. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen und haben noch ein bisschen gelootet, ein bisschen geballert, dann rein in Storms das goldene Feuerzeug abgeholt und dann hinten im Trailerpark in der Portable Cabin abgeliefert. War alles ganz schnuckelig und easy, wie man es sich wünscht für eine Quest. Schnell rein, schnell raus und Quest abparken, fertig. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr mögt und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi, euer Senseless. Auch hier so. Okay. Turm 118, ist das was wert? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch Schüsse gehört oder Steps? Ich meine, dass da Schüsse waren. Ne. Wo waren wir dann lang? Wollen wir hier über eure Tanke drüber her springen, hier vorne zur Tanke und dann Richtung Dorms oder? Können wir machen. Wollen wir erst hier rechts noch looten und später Dorms? Ähm. Ist mir egal. Ja, später Dorms wäre vielleicht vernünftiger. Ja. Normalerweise hätten wir durchrennen müssen eigentlich. Direkt. Ja. Lass mal rechts rüber gehen. Also von hinten meint man, du wärst ein Scav. Ich hab nichts an, ne? Ich hab keinen Rucksack. Ja. Jetzt ohne Scheiß. Du brauchst immer noch ein USB, ne? Ne, ne. Das hat sich erledigt. Da hab ich ja gestern gefunden. Hat sich erledigt? Können wir mal oben hoch rennen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich was bei den Gaskontainern gehört hab. Hier könnte natürlich schon einer drin sein, wo ich jetzt bin. Ich hab das jetzt nicht gehört, dass du die Treppe hoch gegangen bist. Nicht? Jetzt, wo du da dich drehst, das hör ich. Gibt's doch gar nicht. Bist du wieder runter gegangen, oder? Nö, ich bin oben. Jetzt höre ich dich mega laut. Jetzt hört sich das dann, als wenn du unten laufen würdest. Gibt's doch nicht. Hörst du mich nicht steppen? Grad nicht. Ich saufe grad was. Jetzt höre ich dich ja. Was mich auch ein bisschen so ankotzt ist, dass das Durchsuchen lauter ist, als die Steps, die man hört. Ich mein, der dich von hier aus hören kann, da du eine Jacke lootest, ne? Oh, bei mir ist einer. Du läufst? Nee. Jetzt geh ich drauf. Lauf du mal unten ein bisschen rum, auf der Treppe hin. Mach mal bisschen Lärm, aber lass dich nicht abknallen. Ich komm, ich bin grad runter gerannt. Okay, er lädt nach. Ich bin jetzt am Treppenhaus bei dir. Steins Treppenhaus. Ist der oben bei dir, oder wo ist der? Der ist direkt oben bei mir. Direkt neben mir. Uns drin ist nur eine Wand. In welchem Raum bist du? Gleich, wenn du hochkommst in diesem kleinen Kämmerchen. Minus. Okay. Läufst du? Ja, ich bin bei dir oben. Kommst du jetzt hinten rum? Ich mach jetzt sogar eine Tür auf. Ach, das bist du. Ach, da bist du. Du bist von hinten hoch gekommen? Ja, ja. Hab ich da gesagt, Steinstreppen. Ach so, Steinstreppen. Das hab ich nicht verstanden. Okay. Ach, war ein Skepp. Gucken wir mal, ob er einen Rucksack hat. Natürlich nicht. Ich bin jetzt am Ausgang, hier am Bunker. Ja, ja. Komm mal weiter. Ich hör dich. Okay, ich seh dich. Rechts, Mann. Du hast recht. Bist du am Schecken? Komm, die holen wir uns hier. Pass auf, pass auf, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Lass taunen. Ja, sauber. Mein Magazin war leer. Cool. Pass. Sauber. Dem haben wir es besorgt. Und der hat einen schönen Rucksack für mich. Mhm. Mit Pillow-Waffen einer. Der wird sich im Arsch beißen. Ach. Ach, mein Magazin war gar nicht leer. Ich hatte eine Störung. Ach so? Aha. Alter, die ist doch noch. Haltbarkeit 88,2. Ich würde mal eben auf den Turm hochgehen. Okay. Ja. Da darf ich dann lang. Minus. Ich hab's gehört. Ja. Das warst du, oder? Oh, nee. Was ist los mit dir? Bein gebrochen. Ach, du bist da rüber gesprungen. Ja, kannst du, ohne eigentlich dir was zu brechen. Hast du Flickzeug? Ja, ja, hab ich da. So, ich komm. Ich renne. Okay. Ich würde an dem weißen Container vorbeilaufen und dann zwischen den Bergen hochkommen. Gut. Ist das okay? Ja. Läufst du schon von der anderen weißen Hütte lang, ja? Ja, ja, ja. Ich komm jetzt hoch. Ich hör dich. Okay. So. Ich hör dich rascheln. Das Auto ist nicht da. Oben 2er Domes, also 2er ist die Tür auf hier. Mhm. Hier unten liegt einer. Ich geh mal davon aus, der Market Room ist gelootet. Denk ich auch. Aber hier liegen ganz viele. Das ist dann der Pilgrim, den ich gesehen hab. Einer von denen noch ne vernünftige Knarre für mich. Ich geh nicht mit. Das nächste. Domes 214. So, ich komm wieder hoch. Matze nach rechts ist clear, da wo du hin musst. Okay. Eure Market Room ist auf. Und geblöden dort. Okay, ich hab das Kackfeuerzeug. Da haben die irgendwas an der Stärke geändert oder so. Ja. Ich hab 43 Kilo und ich, äh, meine Ausdauer geht hoch, obwohl ich lauf. Ach so. Ich dachte, die haben's eigentlich verschlimpassert. Oh, da kommt was da unten. Granate. Okay. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Wo bist du? Am Übergang. Such den grad. Hä? Ich bin hier oben. Am Felsen. So ein bisschen so an der Brücke. Ich komm jetzt Richtung Brücke hoch, aber direkt am Übergang. Also da, wo der hergelaufen ist. Hab ich den schon erschossen? Ich kann den aber nicht finden. Ey, das bin ich, Alter. Oh, Alter. Oh. Sorry, Matze. Er hat ja fast in der Buchs gehört. Ja. Brauchst du was? Ja, lass mich ganz schön in den Klumpen schossen, Alter. Ja, ja. Ich hab euch gesagt, ich häng da oben. Na, wo ist der hin? Der kann nicht weggerannt sein. Das glaub ich nicht. Der muss tot sein. Der muss irgendwo mir beschwiegen. Das gibt's doch nicht. Hä? Hä? Da hab ich noch nicht in Luft aufgelöst. Hm. Oder ist er ins Wasser gefallen? Kann sein. Da hab ich noch nicht in Luft aufgelöst da. Ja, ich würd sagen, wir gehen rüber, oder? Und dieses ist ja gleich. Ja, schade eigentlich. Zumindest sah der ja auch nicht im ersten Moment high gelevelt aus. Äh, ausgerüstet aus, ne? Ja, er krippt aus. Oh, was warten wir jetzt hier so schwungig, Alter? Ich hab nichts zu trennen. Ein, zwei, drei, vier, vier, Skaps. Wollt's das haben? Hast du was? Ja, ja, klar. Kann nämlich was, ja. Danke. Aber ich schmeiß es da gleich wieder hin. Labe dich. Da ist ein Spieler. Minus. Krass. Der war oben auf den Rohren. Da, wo das versteckt drunter ist. Da hab ich die Wasserfleisch abgenommen. Aber der war... Quasi wie so ein Hedge-Link. Ach so. Mal eben Einzelvore einstellen hier. Minus. Schub machen's Geld. Wie auf dem Schießstand hier, Junge? Minus. Cool. Na, reicht doch. Da liegen sie, Alter. Wie der Herr Ringe. Hast du den gesehen da oben auf den Rohren? Da liegt einer vor den Rohren. Und na? Ja, ja. Oben drauf. Ja, ja. Wie so ein Strichmännchen irgendwie. Der Mais von der Rohre. Er hat das Rohr für sich entdeckt. Sein Rohr. Ja, ja. Das ist schön. Wieder meine Quest abgehakt. Aber Klaus, du liebst doch mal die Herausforderungen. Dann spiel doch das nächste Mal halt eben das, was du findest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.